Hallo, herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Juli. Der war ziemlich umfangreich, da war ich selber erstaunt, als ich dann alles ins Bookjournal eingetragen habe. Ich mache das nicht immer direkt, meistens sammelt sich das an und ich mache das dann, wenn ich mal Zeit übrig habe und dann alles auf einmal. Tatsächlich war es ziemlich viel und ich fange an mit den Sachen, die ich bezüglich der Universität gelesen habe. Und zwar war das Thema Lessing. Lessings Nata in der Weise. Da schreibe ich gerade eine Hausarbeit zu und stelle ich mal die Bücher vor, die ich dazu gelesen habe. Ich zähle sie halt, weil ich sie wirklich, also nur die, die ich durchgearbeitet habe für die Hausarbeit, die ich nur so überflogen habe, nicht. Und ich zeige sie euch, weil ich einfach glaube, dass es interessant sein kann für Leute, die auch vielleicht Deutsch studieren oder irgendwas in der Richtung oder im Abitur den Text durchnehmen oder so, dass sie einfach wissen, welche Literatur eventuell ganz lohnenswert sein könnte als Sekundärliteratur zum Beispiel. Fangen wir an einmal mit Nata in der Weise als Reklamheft. Das war meine Textgrundlage oder ist meine Textgrundlage. Muss ich zu dem Stück noch was sagen? Habe ich zu dem Stück schon was gesagt? Moment. Nein, muss ich nicht, weil Nata in der Weise habe ich schon im Vormonat gelesen. Ich habe es jetzt nur auf dem Stapel gehabt, weil ich die Sekundärliteratur dazu hatte. Also wem das wichtig ist, der zählt nicht in den Julai, der gehört in den Juno. Aber die Erziehung des Menschengeschlechts habe ich dann auch noch gelesen. Das hier ist ein Band, in dem auch noch Ernst und Falk von ihm drin ist. Aber Nata hat, ähm, Nata, mhm, Lessing hat tatsächlich sich sehr viel Gedanken über Erziehung gemacht und hat dann in Form von Paragraphen seine Vorstellung von Erziehung aufgeschrieben. Und zwar sind das, ich muss mal gerade gucken aus dem Kopf, weiß ich es nicht. Genau 100, hätte ich mir eigentlich merken können. Es sind genau 100 Paragraphen über Erziehung und die sind sehr, sehr aktuell, finde ich. Also nicht alle, auf keinen Fall, aber doch einige. Also zum Beispiel sagt er, Erziehung ist etwas, das nur wie eine Offenbarung ist von den Sachen, die vernunftgemäß sowieso schon in uns veranlagt sind. Und dieses Denken vom kompetenten Menschen oder vom kompetenten Säugling, heißt es heute, der quasi ganz viele Ressourcen mitbringt, die man einfach nur mit ihm zusammen befördern muss, braucht, das ist ein sehr aktuelles Bild und das fand ich spannend. Lohnt sich auf jeden Fall für alle, die da irgendwie sich mit auseinandersetzen, das mal gelesen zu haben. Also ich finde das super. Also der Erziehungsgedanke von Lessing hat mich positiv überrascht. Und dann las ich noch ein Handbuch dazu und das ist wirklich unglaublich gut und wirklich sehr, sehr umfangreich. Und das ist von Monika Fick und heißt Lessing Handbuch Leben, Werk und Wirkung aus einem meiner Lieblingsverlage, dem Metzler Verlag. Ich lasse jetzt die Bibliotheksausgabe, ich besitze das Buch nicht selbst. Und was halt so ein bisschen schwierig ist an dem Buch, deswegen habe ich es, glaube ich, auf Goodreads auch mit vier Sternen bewertet, sonst hätte ich es fünf bekommen, ist das Schriftbild. Und jede Seite sieht so aus. Das ist beim Lesen sehr erschöpfend. Man wünscht sich schon fast eine Abbildung, um aus diesem spaltenweisen Bibellesen irgendwie rauszukommen, aber tatsächlich ist es nicht so. Es bleibt bis zum Schluss. Was ich ihr zugutehalten muss, ist, dass sie es aber so unterhaltend und so spannend und informativ gestaltet hat, dass es wirklich zu bewältigen ist. Es geht wirklich. Und man kann unwahrscheinlich viel rausziehen. Also ich schreibe jetzt nicht über die Ringparabel, sondern über andere Aspekte aus Lessing. Und auch die finden sich hier drin, aus nahtanderweise. Und genauso natürlich auch die klassischen Sachen wie Ringparabel und so weiter. Also wenn ihr da irgendwie in der Richtung was schreiben müsst, kann ich euch dieses Buch absolut empfehlen. Dann beendete ich von Nietzsche die Gedichte in der Reklamausgabe. Viele wissen gar nicht, dass er Gedichte geschrieben hat. Er hat sehr, sehr viele Gedichte geschrieben. Es gibt sogar noch einige, die noch gar nicht editiert sind. Die liegen noch im Nietzsche-Archiv in Weimar. Und dieses hier ist einfach eine Sammlung, weil seine Gedichte sind in verschiedenen Werken von ihm untergebracht. Und hier sind sie gesammelt. Ihr seht, es hat mir gut gefallen. Ich habe mir viele Anmerkungen gemacht. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mit Sicherheit nicht alle verstanden. Ich finde, er schrieb sehr, sehr schwierig, sehr komplex, aber auch sehr, sehr schön. Also wirklich schön. Da sind Sachen bei, die musste ich gleich mehrmals lesen, weil ich sie so gut fand. Ich schaue mal, ob ich ein Beispiel für euch finde. Ich glaube, das hatte ich schon mal vorgelesen, deswegen lese ich es jetzt nicht nur mal vor. Es ist auch recht lang. Aber Andi Melancholie ist halt mein Lieblingsgedicht mit von ihm. Dann hier einfach eine Stelle aus dem Gedicht der Herbst. Das Ganze lese ich jetzt nicht vor, weil es zu lang ist, aber eine Stelle daraus. Sie sollen jetzt noch Blumen sehen, nach mir sich bücken, ach, und mich brechen. In ihrem Auge glänzt dann Erinnerung auf, Erinnerung an Schöneres als ich. Ich sehe es, ich sehe es und sterbe so. Einfach unglaublich schwermütig, aber auch wirklich schön. Aus hohen Bergen fand ich auch wirklich toll. Das ist zu umfangreich. Da kann ich auch kein Stück draus vorlesen, weil es so zusammengehört. Aber es hat drei Seiten, deswegen lasse ich das jetzt. Was haben wir noch? Dann sind hier auch so Lebensweisheiten drin. Da kann ich euch mal kurz dran teilhaben lassen. Also sowas wie der Brave. Lieber aus ganzem Holz eine Feindschaft, als eine geleimte Freundschaft. Ich verbuche das unter Lebensweisheiten. Oder wie komme ich am besten den Berg hinan, steig nur hinauf und denk nicht dran. Also das ist irgendwie auch ganz unterhaltsam. Das hier fand ich auch schön. Meine Härte. Ich muss weg über 100 Stufen. Ich muss empor und hör euch rufen. Hart bist du. Sind wir denn von Stein? Ich muss weg über 100 Stufen. Und niemand möchte Stufe sein. Da kann man zum Beispiel länger drüber nachdenken. Viel über Freundschaft. Viel Kritik. Viel Sprachkritik. Gesellschaftskritik. Kritik an Strömungen. Also wirklich dicht. Kann man viel rausziehen. Das finde ich auch schön. Das ist recht kurz. Ich lese es mal vor. Nach neuen Meeren heißt es. Dorthin will ich. Und ich traue mir fortan und meinem Griff. Offen liegt das Meer. Ins Blaue treibt mein Genueser Schiff. Alles glänzt mir neu und neuer. Mittag schläft auf Raum und Zeit. Nur dein Auge, Ungeheuer. Blickt mich's an. Unendlichkeit. Es geht ganz wiederum, wie man Leid und Not erträgt. Und was für ihn Stärke und auch Einsamkeit bedeutet. Und wie das so zusammen geht. Ich lese euch nochmal einen Auszug vor aus dem Gedicht. Das ist nicht sehr, sehr lang, aber wirklich schön. Zwischen Raubvögeln heißt das. Manchmal ist es schwer zu unterscheiden, weil dann so einzelne Wörter drüber stehen. Und dann muss ich mir überlegen, ist das jetzt ein neuer Titel oder gehört es zum Gedicht. Das ist nicht immer ganz leicht. Also ich hoffe, es ist jetzt aus dem Gedicht Unterraubvögeln und nicht aus dem Gedicht Einsam. Nein, ich glaube, es gehört zu dem Gedicht. Du suchtest die schwerste Last. Da fandest du dich. Du wirfst dich nicht ab von dir. Lauernd, kauernd. Einer, der schon nicht mehr aufrecht steht. Du verwächst mir noch mit deinem Grabe, verwachsener Geist. Und jüngst noch so stolz auf allen Stelzen deines Stolzes. Jüngst noch der Einsiedler ohne Gott. Der Zweisiedler mit dem Teufel. Der scharlachene Prinz des Übermuts. Jetzt zwischen zwei Nichtze eingekrümmt. Ein Fragezeichen, ein müdes Rätsel. Ein Rätsel für Raubvögel. Sie werden dich schon lösen. Sie hungern schon nach deiner Lösung. Sie flattern schon um dich, ihr Rätsel. Um dich, Gehängter. Also ihr merkt, da sind auch viele Sprachspiele drin. Also wirklich, es lohnt sich sie laut zu lesen. Teilweise merkt man richtig, wie die Zunge im Mundraum hin und her springt. Also allein dieses zwischen zwei Nichtze eingekrümmt ist toll zu sprechen. Also mir haben sie wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und bevor ich jetzt noch mehr schwärme und noch endlos daraus vorlese, schafft es euch lieber selbst ein. Es ist keine große Investition. Also hier hat es gekostet 6 G-Mark. Also werdet ihr es jetzt wahrscheinlich für 2-3 Euro bekommen. Oder gebraucht noch günstiger. Ich finde, es ist einfach was unwahrscheinlich Schönes. Und es lohnt sich auch zum Beispiel immer ranzuziehen. Das mache ich ganz gerne. Wenn ich jemandem eine Geburtstagskarte oder sowas schreibe, dann setze ich gerne ein nettes Sprüchlein oder ein Zitat darunter. Und dafür sind solche kleinen Gedichtssammlungen zum Beispiel sehr schön. Ich beendete ein Buch, das einen ganz besonderen Eindruck auf mich hinterließ. Und ich beendete es nicht allein, sondern ich las es in einer Leserunde mit einer Zuschauerin und Freundin zusammen und mit Sarah von Bookmark. Und wir lasen zusammen Flucht von Hakan Günday. Ich habe lange überlegt, wie ich über dieses Buch sprechen soll, weil es wirklich heftig war. Ich habe auch wenig andere Worte, also ich habe ganz oft mir daneben geschrieben Stark oder Uff, weil es wirklich krass ist. Also ich versuche mal die Handlung zu umreißen. Wir begegnen hier zu Beginn dem jungen Gaza, da ist er 9 und begleiten ihn ungefähr bis Mitte 20. Und bei ihm ist die Besonderheit, dass zum einen kennt er seine Mutter nicht, sie verstarb kurz nach seiner Geburt. Die Umstände spielen dann auch noch eine Rolle, die nehme ich aber nicht vorweg jetzt. Und er lebt mit seinem Vater zusammen. Und sein Vater ist Menschenhändler, Schleuser, wenn man so möchte. Und lotet die Leute oder schleust die Leute diese Strecke, ich bin nicht so gut, was biografisches, ach Quatsch, geografisches angeht. Jetzt fehlen mir schon die Worte. Aber es spielt sich so zwischen Türkei und Griechenland, glaube ich, irgendwie. Auf jeden Fall überbrücken die ein Stück dieses Fluchtweges. Und man bekommt also mal die Perspektive nicht von geflohenen Menschen, wie man das schon kennt aus der Literatur, sondern tatsächlich von der kriminellen und negativen Seite. Also von den Menschen, die wir eigentlich schwer verurteilen. Und die aber eigentlich auch einen ambivalenten Status haben. Weil auf der einen Seite betrügen sie die Leute um viel, viel Geld, haben unglaublichen Einfluss irgendwie. Und werden tatsächlich auch schwer kriminell tätig und menschenverachtend tätig. Auf der anderen Seite wäre ohne sie die Flucht vielleicht oft nicht möglich. Also mit so einer Ambivalenz startet man eigentlich schon. Dann geht es damit weiter, dass ein neunjähriger Junge erstmal spontan, für mich zumindest, ein Sympathieträger ist, weil er ist ja noch so klein. Das heißt, dieses Gefühl nimmt man auch mit. Man stellt aber ganz schnell fest, dass Gaza kein normaler neunjähriger Junge ist. Eben weil er in diesem Geschäft verwickelt ist. Sein Vater zieht ihn nämlich zu Hilfe. Also er ist ganz eng mit seinem Vater zusammen im Schleusergeschäft. Und sehr, sehr schonungslos wird hier dieser Alltag dargestellt, in dem dieser Junge wirklich tragende Aufgaben auch hat. Und es geht ziemlich schnell auch um Schuld, um Traumata auch. Also wie er damit umgeht, dass er diese Funktion hat. Er muss ganz viel Leid ansehen. Es passieren unglaublich viele, viele schreckliche Dinge. Es wird alles aus seiner Perspektive erzählt. Die Stimmittel in dem Buch sind absolut interessant. Also es gibt dann innere Dialoge, die Gaza führt. Die werden dann besonders dargestellt im Text. Es gibt Gedankensprünge, die er dann so macht. Und also es ist ganz schwer zu erklären, ohne zu viel zu spoilern, was dieses Buch mit einem macht. Also erstmal ist man unglaublich ergriffen und bekommt eine Wahnsinnswut auf diesen Vater. Dann wandelt sich aber das. Also man kann nicht bis zum Schluss sagen, wer gut und wer böse ist. Und das ist auch gewollt. Dieses Buch ist psychologisch unwahrscheinlich raffiniert gemacht. Es macht ganz viel mit den Lesenden. Also ich habe wirklich, es gab ein, zwei Stellen, da musste ich das Buch weglegen und wirklich was Lustiges gucken, was Leichtes lesen, weil ich hätte sonst nicht schlafen können. Es war so grausam, so schrecklich, so nah. Man war so dabei. Und das eskaliert einfach alles. Also dieses Schleusergeschäft bleibt nicht einfach nur dieses Schleusergeschäft, sondern es eskaliert. Es steht auch hinten schon auf dem Klappentext, der Vater von Gaza stirbt und Gaza rutscht dann in eine ganz neue Position und entdeckt ganz viele schwerwiegende Geheimnisse und Fakten auch auf. Und er hat einen ganz, ganz krassen Weg, den er dann geht, als sein Vater plötzlich weg ist. Und dabei begleiten wir ihn im Grunde. Und man kommt wirklich in alle Rollen. Man kommt in die Opferrolle, in die Täterrolle, in die passive Ohnmachtsrolle. Ich kann nichts tun. Ich bin nur Beobachter. Also das hat man auch. Es ist auf jeden Fall unwahrscheinlich heftig. Es ist nah, dicht und heftig. Und was ich besonders erschütternd finde, es ist zwar fiktiv, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass vieles von dem, was da drin steht, ganz genau so läuft. Was ich dem Autor absolut zugute halte, ist nicht nur sein absolutes Talent, dafür psychologische Vorgänger und Prozesse unwahrscheinlich gut darzustellen. Also wirklich absolut authentisch. Ich kann mir genau vorstellen, dass es wirklich, also ich kann mir vorstellen, dass es genau so läuft, wenn man schon mit neun Jahren solche schrecklichen Dinge gesehen hat, dass man sich so entwickelt, wie Gaza sich entwickelt hat. Dann halte ich dem Autor zugute, dass er unwahrscheinlich mutig ist, denn er kritisiert hier die türkische Politik, die Institutionen, das Staatswesen und den Umgang mit Menschen innerhalb dieses Staates. Und er kritisiert ganz wichtige Teile dieser Politik und das wirklich ungeschönt. Und das finde ich mutig, das finde ich ganz, ganz toll und da müsste es viel mehr Menschen von geben. Dann schafft er es unwahrscheinlich toll, Charaktere zu zeichnen. Das kann nicht jeder und ich hatte die ganze Zeit die Menschen vor Augen. Ich habe ein ganz festes Bild davon gehabt, wie Gaza für mich aussieht, wie sein Vater für mich aussieht. Mit anderen Menschen, auch die Umgebung, also es war sehr, sehr atmosphärisch. Man hat wirklich mitgelitten, man war mit in diesen beengenden Räumlichkeit, man war mit in ganz schrecklichen anderen Umgebungen und ja, absolut mitreißend. Ich weiß noch nicht, ob ich noch ein extra Video darüber machen werde, weil ich habe jetzt schon ganz viel dazu gesagt. Ich kann es absolut empfehlen, absolut, absolut, absolut empfehlen. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, es ist wirklich nichts für schwache Nerven. Und das sage ich nicht einfach nur so, sondern es hat wirklich Stellen, die sind unglaublich heftig. Die sind so drastisch geschildert, so bildhaft. Das ganze Buch arbeitet ganz stark mit Metaphern, es zieht sich komplett durch. Ach, eigentlich könnte ich echt nochmal ein Video darüber machen, weil es so viel zu erzählen gibt. Naja, auf jeden Fall erzeugt das ganz, ganz starke Bilder im Kopf und ist schonungslos geschrieben. Und deswegen sollte man sich überlegen, ob man diese Abgründe der menschlichen Psyche aushält, so zu lesen. Ich würde es definitiv nicht als Bettlektüre empfehlen, das habe ich einen Abend gemacht, weil es so spannend war und konnte tatsächlich nicht schlafen, bis ich es dann ausgelesen hatte. Und das hat drei Stunden gedauert. Ja, müsst ihr selber wissen. An sich würde ich es empfehlen, weil wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema. Und ich finde, man kann sich auch mal damit auseinandersetzen, was für Negativentwicklungen es einfach gibt. In Erziehung, in persönlicher Entwicklung und so weiter. Wir lesen immer gern so diese Geschichten von diesen Helden, die aus dem tiefsten Sumpf irgendwie rausgekrochen sind und dann die Welt gerettet haben oder so. Solche Geschichten sind auch wichtig. Und ja, eine Empfehlung auf jeden Fall. Aber das ist eins der Bücher, das werde ich nie vergessen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Die Leserunde war wahnsinnig toll. Der Austausch hat auch wirklich geholfen, weil man viele Sachen in diesem Buch von verschiedenen Perspektiven beleuchten kann. Das habe ich am Anfang gar nicht so gedacht, weil das ist nicht besonders schwierig geschrieben. Man kann das ziemlich gut verstehen. Aber dadurch, dass es so psychologisch ist, geht es tatsächlich. Und da war die Leserunde eine absolute Bereicherung. Ja, ich möchte jetzt aufhören, über dieses Buch zu sprechen, aber ich empfehle es euch. Dann beendete ich Zwei Hälften des Lebens, Hegel und Hölderlin, eine Freundschaft von Eberhard Rathgeb. Dazu gibt es bereits eine Rezension von mir, die verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr dann nochmal reinschauen. Genauso verhält es sich mit Daniel Mendelsohn, eine Odyssee, mein Vater, ein Epos und ich. Ich bin gerade gar nicht sicher, ob ich die Bücher hier nicht durcheinander werfe, ob das noch Juli ist. Vielleicht ist das auch noch Juni. Manchmal schaffe ich es nicht, Bücher wegzuräumen, bevor ich den nächsten Lesemonat drehe. Kann ich euch jetzt an dieser Stelle gestehen. Und wenn ihr euch wundert, dass ihr ein Buch dann zweimal seht, da habe ich es einfach verschwitzt. Ich habe selten die Muße, mich vor dem Videodreh hinzusetzen und meinen Bookjournal nochmal zu wälzen. Meistens stelle ich mich einfach vor das Regal und fange an zu quatschen. Das ist dann der Nachteil. Es kann sein, dass ich es schon gezeigt habe. Auf jeden Fall verlinke ich euch nochmal die Rezension zu dem Buch in der Videobeschreibung. Ganz sicher bin ich mir aber, dass ich dieses Buch diesen Monat erst beendete, weil es noch kein Rezensionsvideo gibt. Es wird kommen. Und deswegen sage ich jetzt auch nicht so viel darüber, damit ihr einfach noch Lust habt, euch die Rezension anzuschauen. Es ist mir vom Verlag zur Verfügung gestellt worden. Und zwar vom Splitter Verlag. Von dem habe ich schon vorgestellt, die Fahrten der Odysseus. Das war eine Graphic Novel. Und dieses hier ist auch eine Graphic Novel. Und zwar Victor Hugo im Exil. Ich muss hier ein bisschen zurückkehren. Das ist sehr groß. Ich finde dieses Cover wahnsinnig schön. Und es erinnert mich ganz stark an Caspar David Friedrich. Ich habe den Titel des Bildes vergessen, aber wenn man diesen Schriftzug hier oben wegnimmt, dann ist das eigentlich das Bild von Caspar David Friedrich. Genau. Hinten drauf so. Ich kann euch mal die Zeichnung zeigen und ein bisschen was dazu sagen. Also ihr seht, es ist versucht worden, relativ realistisch zu zeichnen. Wobei ich sagen muss, es gibt hier keine auch nur mittelmäßig aussehende Figur. Sie sind alle stark ästhetisiert. Sehr überzeichnet. Das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte mir auch hässliche Menschen gewünscht. Ich hätte mir alte Menschen nicht perfekte Menschen gewünscht. Das ist mein einziger Kritikpunkt an dem Buch. Ansonsten hat es mir wirklich gut gefallen. Es hat ein paar Besonderheiten enthalten, auf die ich dann noch eingehe werde im Rezensionsvideo. Das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil es ist nicht besonders umfangreich. Deswegen freut mich einfach auf die Rezension, die kommt die Tage. Ich weiß noch nicht genau, wann ich sie abdrehen kann, weil unwahrscheinlich viel los ist. Und ich jetzt erstmal froh bin, dass ich diesen Lesemonat schaffe. Also geduldet euch, das Video kommt aber. Ja, das war mein Lesemonat. Ich habe in Krieg und Frieden nicht weitergelesen, da ich nicht auf der Arbeit war. Ich hatte Urlaub und kam nicht dazu, genau. Und Aristoteles Metaphysik lese ich ja eigentlich, weil ich habe es aus der Schatzkiste gezogen. Ich habe es noch nicht angefangen, weil ich so viele angefangene Bücher hatte, die ich erstmal beenden wollte. Und ich bin ganz ehrlich, Aristoteles ist jetzt nicht so ein Unterhaltungsroman, den ich abends im Bett lese, sondern da muss ich mir schon ein bisschen Gedanken zu machen. Da muss ich ein bisschen wach für sein und Zeit für haben. Und diese Zusammenstellung von Faktoren hatte ich bis jetzt noch nicht. Aber ich gebe es nicht auf, ich möchte es unbedingt versuchen. Und ich hatte ja auch gar nicht den Anspruch, dass ich jedes Mal, wenn ich ein Buch aus der Schatzkiste ziehe, es binnen eines Monats lese. Das werde ich nicht schaffen, das ist unrealistisch. Deswegen wird es wahrscheinlich ein Langzeitprojekt. Und ich hoffe, dass es, ja, keine Enttäuschung für euch oder so. Und dass ihr trotzdem Lust habt, das noch mitzuverfolgen. Genau, das war es erstmal so von mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.